Moin Moin Hummel Hummel da sind sie die drei von der Bank ich grüße euch aus meinem Studio hier in Nordrhein-Westfalen ich bin der Flimmer Heinz der Flimmer Heinz der Flimmer sich Heinz und ihr seht ich bin der Administrator von Cobra 11 ich weiß ganz genau dass dieser Herr hier auch mal dabei war er hat mit Daniel Rösner gedreht jawohl und er steht auch gerade kurz wieder vor der Kamera bei Wilsberg jawohl und die drei Herren von der Bank machen nämlich eine Show und darauf verweise ich jetzt in einen Mini-Kurzclip meine sehr verehrten Damen und Herren die drei Herren hier von der Bank die da drehen wo Otto Walkes seinen Leuchtturm hat oder hatte oder immer noch hat ja sie rennen da mit einer Bank durch die Gegend stellen die überhaupt sogar und da frage ich jetzt auch warum stehen da so viele Panzer ja einmal sitzen sogar auf dem Panzer mit ihrer Bank ich finde es gut Moin Moin Hummel Hummel will ich hoffen dass das richtig ist ich versuche als Nordrhein-Westfalen jetzt ein bisschen Ostfriesisch zu sprechen was ich natürlich nicht kann ist klar aber ich möchte mich einfach total bedanken ich hatte einen Smalltalk mit Ämchen hier die beiden tragen immer die Bank durch die Gegend er veräppelt die immer ich finde es super toll so ich mache heute mal so ein Videoclip für alle weil ich höflich frage ob ich nicht vielleicht eine eigene Facebook-Seite auch mal nur mit diesen Herren hier muss ich aber vorher fragen den Willem Niesen den Willem muss ich fragen höflich aber was dagegen hat wenn meiner einer da so eine extra Seite macht wo die dann als Fan-Club sozusagen ein Fan-Club weil ich habe ja einen Fan-Club hier Cobra 11 aber man könnte ja so ein Fan-Club machen von diesen ostfriesischen Dreien die auf einer Bank da also bedanken wir mich total und jetzt herzlich hier für diese sogenannte Autogrammkarte und das Richtige ich habe auch gerade Egeluschen habe ich auch gerade gesehen und da ist er natürlich hier wieder abgehauen hehehehe weil natürlich der Ausbilder ne der Ausbilder hat dann die beiden dann da ein bisschen gescheucht ne ist klar ne der Ausbilder ihr kennt den Ausbilder also so richtig weiß ich natürlich was sie da drehen aber sie drehen sie drehen einen Film der heute in einem Jahr dann zu sehen sein wird also im Jahre 2020 denn noch schreiben wir das Jahr 2019 so das war es also auch schon kurz und bündig ich begrüße euch total und recht herzlich ich sage Dankeschön für diese Autogrammkarte ich bedanke mich für die gesamten Hintergrundinformationen ich bedanke mich bei Willem Nessen bei Willem Nessen die andere kann ich noch nicht legen Marcel Willems Marcel Willems und da ist ein bisschen weiß ich jetzt nicht wie er heißt aber egal ich bedanke mich hier aus Nordrhein-Westfalen aus meinem Studio Studio Lustig bedanke mich total und recht herzlich für diese Autogrammkarte es hängt an Hall of Fame wisst ihr und irgendwann mache ich auch diese 360 Grad Geschichte nur die 360 Grad wo angeblich die Firma Google ist aber nicht die Firma Google denn seit 8 Wochen warte ich drauf und angeblich haben die Zugriff was gar nicht ist keiner kann auf mein Facebook Konto ohne meinen Willen zugreifen und keiner kann auf mein Google Konto zugreifen ohne mein dazutun auch die Firma Google nicht und auch die Firma Facebook nicht die kann zwar alles löschen blockieren oder was weiß ich nicht aber zugreifen können die nicht wenn ich ja nicht zulasse und somit bin ich ein bisschen gelinkt worden und deswegen muss ich die 360 Grad Geschichte selber machen da besorge ich eine 360 Grad Kamera und dann mache ich das so ihr hängt jawohl ihr hängt auch in der Hall of Fame die Bilder habe ich euch ja zugänglich gemacht und ich bedanke mich und ich habe auch eine kleine Bank besorgt und dann mache ich euch so als Püppchen als Püppchen werde ich euch da auf diese Bank das werde ich natürlich vorher zeigen so hiermit